Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Hinschütz-Crew, die besteht aus Minyas. Guten Tag. Ähm, wo dann? Hallöchen. Und dem Moped-fahrenden Nasenfleischhörner. Hallöchen, Puppechen. Genau. Und warum hört sich das Video zu den letzten Jahren? Weil Minyas in der letzten Folge ganz schnell abmoderiert hat und deswegen ist es ein bisschen heißer. Genau. Ich stecke mir an und spuck da einen Spucker. Was? Irgendwo spuckt ein Spucker. Ja, unter uns. Au, au. Entschuldigung. Oh, das war's. Der ging ins Auge. Ja. Dafür gibt die Munition aus, Mensch. Also der Kotzer ist genau unter uns, der hat sich nämlich in die, in die Hütte gedingst. Nicht doch jetzt, nicht doch jetzt. Gedingst, ja, ja. Du fährst aber jetzt nicht. Der ist im Haus. Was? Doch, doch. Doch, der ist im Haus. Okay, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn da unten. Warte, bis er hochkommt. Der randaliert aber nur ein bisschen. Ja, ja. Warte, bis er hochkommt. Aber das ist auch, das ist auch nicht die Stadt, die ich gefunden habe. Warte, bitte, da kommt noch was. Kommt, warte. Warte. Gib ihm Zeit. Er kommt gleich hoch. Warten. Er ist auch nervös. Pille, dein erstes Mal. So, jetzt hab ich die Pille genommen. Habt ihr gehört, Mädels? Bist ihr gleich kommen. Mastien? Ja, haben wir gehört. Oh, oh, das ist ja ekelhaft. Das hört sich aber schlimm an. Da läuft jemand aus. Wodan bist du's? Nein. Nein. Oh, ich geh gleich kotzen jetzt im Ernst. Oh. Was ist denn was los? Hast du Ravioli gegessen? Nee, diese Geräusche, die sind ja ekelhaft. Das ist Geplätscher, gell? Sie klingt gut. Ich hab mal mit einem Kumpel, da waren wir in Loa. Ich will's nicht wissen. Ich glaub, ich hol mir was zu trinken. Ich bin jetzt schon bin ich dran. Jetzt bist du schon dran. Ich hol mir was zu trinken. Ich bin gleich wieder da. Und Loa hat eine eigene... Geht echt weg. Hammer, mitten in der Aufnahme. Da kennst du nichts. Und Loa hat eine eigene Brauerei. Ja. Loa Export. Also, die haben auch Export. Oh ja. Und wir haben gedacht, Loa Stadtfest. Gib ihm. War mal mit. War mal in der Jugendherberge. Kennt ihr das noch? Gibt's heute noch Jugendherberge? Ja, ja. Nee, heutzutage, weiß ich nicht. Doch, wahrscheinlich. Ganz günstig, wir waren mit dem Fahrrad unterwegs und haben halt uns die Nacht durch und so weiter. Und dann wollen wir noch ein Döner essen. Und das war wahrscheinlich schlecht. Glaub ich. Der Döner war das schlechte. Ja, doch. Der Döner war das schlechte. Der Döner war das schlechte am Bier. Und dann sind wir zu allem Glück. Kennt ihr auf den Kinderspielplätzen diesen grunden Kreis, wo in der Mitte so ein Rad ist, wo man sich dreht? Weißt du, wo in der Mitte so eine Scheibe ist, wo man sich so... Weißt du, die eigene Achse? Ja. Ja, und das war dann der Overkill. Wenn schon, denn schon, ne? Also, wir haben das zu gedreht, weißt du, schön im Kopf, weißt du, schön voll Döner und Lora Export. Und tut mir leid, wenn ihr in Lora wohnt, euer Spielplatz wurde hart beschmutzt. Du hast was? Anekdoten aus meiner Kindheit. Ich war jung und brauchte das Geld. Bin wieder da. Ups, Entschuldigung. Oh, ein Hund. Ein Hund nach meinem Geschmack. Ein toter Hund. 3.00 Uhr 3, was machen wir jetzt? Wir sitzen echt hier drauf und reden über Kindheit... 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 Ja, Kindheitleiter nicht, ja. Soll ich durch den Zombie fahren? Oh Gott, das wird mein Tod sein. Oh, jetzt kommt er. Der kommt die Straße hoch. Doch. Und zwar... Das war mein Tod. Bist du tot? Links hinter uns, da hinten kommt er. Aus der Richtung. Aus Südosten. Er ist hier von mir? Ja. Nee. Du fährst jetzt gerade die Straße auf das T-Stück. Fahr halt die Straße weiter und dann rechts abbiegen. Wir ziehen es alle, weil ich durch den Bärenzombie gefahren bin. Oh nein, ich hätte gar nicht ziehen in der Tasche. Oh, die rolle aus. Sie hat 3.18 Uhr an der Kapp hier. Ja, dann gehen die Hocke. Oder nur... Du rollst aber noch eine ganze Zeit lang. Oh ja, stimmt. Entweder... Der Ton ist auch weg. Oh, 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 da ist eine Hornisse. Ich sag's euch, das war eine Horde. Ja, da vorne ist noch ein Bulle, der ein bisschen betrunken rumeiert. Ja, aber die Bullen sind doch hier normal, oder nicht? Warte mal, warte mal. Seine Bieler ist noch ankommen. Jack, willst du schabben? Oh, der kommt... Ich komme her. Echt die ganze Zeit? Ja, 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 ja. Da ist er, da ist er, da ist er. Da kommt wirklich... Ja. Mimi. Ich bin's. Ich bin's. Er läuft echt. Wie das aussieht. Guckt ihn euch an. Oh Gott, oh Gott. Oh, du wirst angespuckt, Mann. Nein. Das blöd. Das blöd. Komm zurück. Steig ab. Steig ab. Komm, renn zurück. Wir kommen hier entgegen. Komm, wir sterben, wenn dann alle gemeinsam. Nein, so ein Held. Komm, hin. Hint und Schuss. Hint. Hint, hint, hint. Hint, hint. Ich habe eine Schrotze. Es geht acht Schuss. Jacky, komm uns entgegen auf die Straße, wenn du kannst. Ist er tot? Ich will es nicht überlegen, ob ich jetzt loote oder nicht. Komm. Hier entgegen. Sieht aber so aus. Ich bin hier jetzt. Er ist tot. Okay, Hocke. Ich bin tot. Sechs Minuten. Nein. Dein Rucksack. Dein Rucksack, genau. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Wir haben auch ein Screenshot-Minyas. Sieht geil aus. Oh ja. So, wollen wir in die nächste Stadt laufen? Ja, toll. Okay, dann einfach hier die Straße. Nee, nicht die Straße. Die da vorne. Wir haben es überlebt die Nacht. Ja, wir haben es überlebt. Ihr habt jetzt Sachen in die Kiste gelegt. Oh nein, ich habe Sachen oben liegen lassen. Ja, ist egal. Die können wir auf dem Rückweg holen. Nochmal auf dem Rückweg. Ja, dann. Sein Dipptel-Lied. Sobald ihr wussten, sein Dipptel-Lied. Ja, hier. Ich bin hier. Hatte der, äh, Zomi jemand bei? Der Spocker hier? Nein, keine Ahnung. Ich habe den nicht gelootet. Doch, ein Avioli. Oh, Moppet geht wieder. Eine abgesägte Schrofflinse. Ja, dabei. Ey, renne mal mit. Lass es stehen, wir... Hä? Bist du wie Glofe? Ronan? Ich brauche den Honig. Guck ihn dir so an. Ja, komisch. Benzin ist wieder voll. Hä? Cheater. Ja. Ah, das ist ein Ferrel. Das ist der Christopher Ferrel. Habt ihr ein Ferrel oder? Nein. Äh, Zombie. Wo ist er? Wo ist der Ferrel? Lass mich, lass mich. Wo dann? Lass mich. Warum denn? Na ja. Oder bin ich? Bitteschön. Ach, shit. Ne, ich habe halt ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, als du. Wo ist denn da hin jetzt? Oha. So viel zu demer Schaden. Oha. Hä? 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 Ach, der Typ hat ihn wirklich spuckt. Jetzt ist das doof. Wo sind wir andere? Komm zu uns, komm zu uns. Wo bist denn du? Gerade schwierig. Äh, hinten. Ja, es ist gerade schwierig. Der Bulle spuckt jetzt. Jetzt. Ups. Der ist tot. Bullenlooten. Ja, ja. Der ist tot, sagt man. Und er steht wieder auf. Ich habe noch einen Mininghelm gefunden mit 382. Nimm ich. Besser als meiner. Den kriegst du mit 192. Leider muss ich ein bisschen egoistisch sein. Ich habe hier noch eine Schrotze gerade in dem Dicken gefunden. So, wo ist jetzt die Stadt? Nein. Nein, nein, nein. Ja, wir müssen nur einen kleinen Stückchen laufen, aber hier die Straße hoch. In wen denn? Nennt ihn mir seinen Namen. Komm mit mir jetzt. Komm mit. Hast du das? Das war echt knapp. Ich muss mir leider mal kurz hier Gehör verschaffen. Nimm mal ein Moped mit. Komm gleich nach. Habe ich noch Stoff irgendwie? Los, renne. Ach nee, er hat nur angeschoben. Alles klar. Er hat quasi, wisst du? Ja. Leerlauf gewesen. Nicht mit Keks, sondern... So, ich bin jetzt auf der richtigen Straße. Laufstart. Der Dippi ist ja auf der richtigen Straße. Minas, hast du einen Schlaganfall? Mir geht's nur schlecht. Oh, ich hab... Was ist denn jetzt passiert? Wo ist denn mein Bogen hin? Ey, warte, Jackie. Warte, Jackie. Los. Nimm mich mit. Steig mal auf. Vielleicht geht's ja. Ich will auch... Ich geh nicht... Ich geh nicht auf die Stange. Wir sehen uns. Juhu. Lönnen. Warum hört der Sound auf? Weiß ich nicht. Normal. Sollen wir noch... Scrubben? Motor ist immer... Immer... Immer wichtig. Hast du? Nee. Also ich hab zwei Motoren. Ich hoffe, ich hab nichts Wichtiges da oben gelassen. Das werden wir mal sehen. Lass mal hier deinen guten Motor hier einbauen, bitte. Ja. Lass mal an. Steig mal ab. Hat jemand Forged Iron einstecken? Negativ. Äh, Forged Iron. Muss er einfach rüberziehen, oder? Einfach rüberziehen, ja. Den anderen kannst du eigentlich... Hab ich. Scrappen, oder? Der ist... Der ist grau. What the? Noch 37, Scrapped Iron. Sehr gut. 37? Und fährt er jetzt besser? Probier mal. Guck gerade mal. Geschwindigkeit zu richtig. Oh, das sieht ja richtig gut aus alles, ja. Grün, grün. Grün, grün. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Cheating Boy. Guck mal, wie der abgeht. Wow. Krass. Das ist ja krass. Vorher ist er überhaupt nicht gefahren, jetzt geht er ja ab wie... War ein bisschen blöd hinter ihn herzulaufen, wenn er die ganzen Zombies auf die Straße lockt. Boah, der lockt er jetzt an. Ich geh halt so für einen Sedan. Oh Gott. Hänge fest. Na Leute, was ist los für euch? Ah, ich sehe meinen nächsten Tod schon wieder vor mir. Wo ist denn jetzt die Stadt eigentlich? Laufen wir drauf zu. Wo ist denn Serendipity? Das Ding ist, Karte funktioniert nicht. Einfach die Straße gerade durch. Komm weg, Jackie. Ah ja, alles klar. Serendipity, gelbe Pfeil. Ja, die Straße, äh, die Karte funktioniert nicht und dementsprechend... Aber wenn du jetzt auf der Straße bist, wo du mich zuletzt gesehen hast, dann immer gerade durch. Boah, geht der ab, ey. Ich glaube, Moppet. Also im Prinzip haben wir ja, was brauchen wir noch? Ne, Handlebars. Ne, können wir ja selber machen. Können wir nicht herstellen? Doch. So geht. Wie kriegst du hier? Turbomoppet. Arten, fick dich doch. Du kannst mit Jack jetzt auch nicht reden. Ich meine, hier fährt ein Mofa und die anderen müssen laufen, aber... Ich hab dem Zombie den Kopf weggeschlagen. I'm overheating. Warum denn? Ist ja hier der... Hey, war das gerade Öl? Ich hab noch Öl, ich hab noch Öl. Ne, hier an der Straße, ne. War so schnell. War nur Müll. Ich kann dir noch Öl geben. Sprit. Hast du Sprit, tatsächlich? Ich hab ihn da gefunden. I'm a Nation Book. Gas Kenia, 169 Stück kann ich dir geben. Willst du mal... Willst du einfach mal tanken? Hier. Warte mal, ich hab hier ne Sword auf Schrotze. Hast du ne Schrotze? Ne, ich hab nix zum Schießen. Nur ne Pistole, ne alte. Ne alte? Ne, das ist nicht gut. Hier. Ich hab nur ne alte. Hier. Nochmal Munition dazu gelegt. Mhm. Dann soll ich kein Herz mehr. Mhm, danke. Die ist alles so einsam. Weißt du, das ist wie Sonnabendags auf den Feldern. Damals. 82, Kambodscha. Angeber. Oh ja. Ey. Alle auf ihn rausstehen. Ne, fahr ruhig weg. Lass uns hier allein. Ne, ne. Das ist schon okay. Er fragt dich. Ah, ne, ne. Halt immer mal ein Stück weit an. Wenn du hier oben rechts guckst, wo die Runden sind. Ja. Das erinnert so ein bisschen an Daisy, gell? Timmt. Gibt noch Bob? Wo ist Bob? Sniper. Ja, wo ist das? Ich hab die eiskalt die Reifen zerschossen da. Nein, natürlich nicht. Ach so, mir hat jemand gesagt, man kann es in verschimmelten Sandwich. Könnte man Brot machen? Ne. Es gibt gar kein Rezept dafür. Da hat sich jemand angelogen, ja. Hat jemand getrollt. Ein Brothaus bauen. Ja. Ich hab's jetzt stehen lassen, oder? Ich weiß gar nicht, wie man fährt. Ist das hier drin? Oh, Alkohol hat die Alte. Komm, dann. Kommt hier einen mit Alkohol, oder? Wacht von näher ran. Die muss von näher ran. Ah, das hab ich gemerkt. Ist er jetzt tot? Jetzt. Das ist eine Notpistole gewesen. Ja. Ich hab aber nichts zum Anderes. Ich hab nicht nischt. Du hast nichts zum Anderes? Ich hab nichts zum Anderes. Ich habe kein Crossbow mehr. Ich habe gar nischt. Nie nischt, gar nischt? Oh, nischt. Oh, nischt? Oh, nischt? Oh, nischt? Oh, nischt? Wir hatten nischt. Wir hatten nischt. Hatten wir ja nischt? Hatten wir ja nischt. Wie sind die in der Aufnahme-Session noch voll albern heute? Ja, so ein bisschen. Letzt hat man immer mal einen Mittwoch. Oder es war ein ganzer Tag heute. Besonders? Oh, du hast die tot gefahren. Das tut mir leid. Nein, das ist gut. Ich bin stolz auf dich. Das war nicht... Ich muss jetzt auch mal mal Bett fahren. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wie macht man das denn? Und jetzt? Äh, jetzt drückt man E. Drückt mal E. Nein, nicht nochmal E. Lass mich ja verarschen. Wie lenkt sich das denn? Der mit rechts. Sag mal. Ah, ich habe es okay. Was? Warte ich recht? Ja, ja. Mit der Maus lenkt man das nicht. Nein. Nein, du machst mit A, B, S, D. Ich sag dir auch. Ja, ja. Naja. Nein, ich wollte sagen, dass sie nicht... Ist doch gut, entspann dich. Habt ihr doch verstanden. Ich fahr jetzt den Berg hoch. Ihr dürft ihn laufen. Small Engine, kannst du mal gucken? Hast du noch einen Platz? Ähm... Oh nein, ich bin gegen den Berg gefahren. Small Engine, ja. Hab ich noch. Nee, hab ich gerade da. Warte mal, ich kann den... In Schneegebiet rein. Yay. Oh, abgestürzt. Willst du? Wohin? Nee, alles gut. Das ist doch noch schlecht. Das brauchen wir doch rein. Die hab ich weggebrochen. Ich dachte, wenn du keinen Platz hast. Ich bin die beste Motorradfahrerin, wo es gibt. Ich hör nichts. Das ist richtig so ein Pilz. Pilz, ja. Ihr seid. Ich raub mir auch gar nichts zu nehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Siehste? Boom. Wo ist denn jetzt die Stadt? Ja, die Straße hoch. Das hat sie von euch. Das hat sie von euch gehört. Im Schneegebiet. Ist das? Doch, ist mein Ernst. Das ist eine Information, die gerne Feuer hat. Nee. Doch. Genau, deswegen hast du nicht. Mein Mantel jetzt nicht ist gut. Ach so. Aber ich hab das eben schon mal gesagt mit Schneegebiet, ne? Nur so zur Info. Das ist immer, hast du dir gesagt. Ich hab sie sogar schriftlich gegeben. Hier mit Bebe. Eben, Jack. Eben. Eben ist Schneegebiet. Das ist nachher wieder heiß. Ich glaube nicht deinem Mantel. Ich hab sie noch stehen. Ja. Ich hab sie noch stehen. Boah, was ist denn das für ein Anstieg hier? Das sind ja schon scheiße. Das find ich übrigens Schrott. Wenn der hier mal, also ich mein, das Spiel ist ja echt nicht schlecht, aber, also lässt sich ein, ein, zwei Folgen draus machen. Wenn du jetzt hier auf den, wenn du auf den Flügel hochguckst. Auf den Flügel? Hügel. Auf den Flügel, ja. Finde ich gut. Fällig. Wir haben ein Jahr getrunken. Vielleicht siehst du aber, was schön ist dringend. Nun hab ich das Wein. Wenn sie den Diffel, die das Auto gebroffet hat, ist alles noch lootbar. Ich bin in der Stadt. Kannst alles noch looten. So, jetzt kannst du deine Geschichte erzählen. Was ist mit dem los? Trink euch alle auf. Das geht von alleine aus, das Moped, ne? Sehr gut. Ja, ja. Sehr schön. Es steht auf der Straße. Es wartet auf euch. Es ist Self-Shutdown. Was ich sagen wollte, aus der Entfernung sieht die Textur von dem Berg so wiederholt aus. Weißt du, das sieht irgendwie komisch aus. Find ich nicht schön. Da kommen wir nie oben an, ey. Da abscheu ich. Das ist schön. Oh Gott, ist das steil. Alter. Vielleicht mit denen, wenn wir nach hinten schießen und rückwärts, dann kommen wir hier an. Ja, Raketenwerfer. Das wär doch, oder? Mit dem Rücksicht. Hier, alas Crap-Mechanik. Fraffa, fraffa, noch lange als Ding. Ich bin schon da, ha. Ach, das ist ja komisch. Weil sie mit dem Raketenmoped gefahren ist. Die lassen mich doch auch mal Moped fahren, Mann. Aber muss es immer denn sein, wenn es den Berg hoch geht? Ja, genau dann. Ich bin dem Berg schon gelaufen. Na toll, habt ihr auch warme Sachen an? Ach so, stimmt. Ich bin ein Hase. Oh, hier gibt es ein Unterwasserteller. Frau hat gerade einen Zombie nachgemacht, oder ob war das? Bist du ein kaputter, Hase? Ich bin völlig schnell, merkst du das? Ja, hol dich mir jetzt ein. Ne, ich bin im Keller. Wie machst du das? Ja, springen. Äh, ne, da. In der Luft. Du hältst einfach so eine Leertaste fest. Ne, ne. Ich springe immer los. Da haben wir gucken, wo? Ja, genau. Wir daddeln. Ey, du hast das im Schnee wie. Ja. Tatsächlich. Warum sagt das denn keiner? Haben wir das jetzt heute erst rausgefunden? Hallo, wir sind Hasen. Wir haben einen Hasen. Ruhe, die Klee, Hasen. Ich ertrinke nicht. Nein, ich ertrinke nicht. Das ist ja krass, wie schnell ist man denn in der Bett unterwegs. Ordentlich, ne? Ja. Wenn du hüpfst die ganze Zeit. Als mit dem Moped mit einem schlechten Motor. Jetzt habe ich was angefangen. Einfach nur die ganze Zeit hüpfen, wusste ich nicht. Wir sind Hasen. Schneehasen. Wir sind Hasen. Wir sind Hasen. Wir sind Hasen. Wir sind Hasen. Wir sind Hasen in Richtung Stadt. Hasen. Du Richtung. Hat. Entschuldigen Sie, haben Sie hier einen Hasen gesehen? Danke, Mann. Wo wollte ich hier hin? Hey, lass mal meinen Kumpel. Hey, guck mal. Nein. Cover him. Okay. Ich habe ja gesehen, Jack hat ja sein Seven Days to Die gemoddet. Oh, ich sauf gleich ab, ich sauf gleich ab, ich sauf gleich ab. Das ist servertechnisch gemoddet, so, ja? Hast du servertechnisch gemoddet? Ja, weil ich habe den... Du hast nichts installiert. Doch, ich habe den zwar installiert, aber mit dem Update ist es eigentlich weg. Da Mario den aber den Server stellt, sozusagen. Ja. Wir spielen auf seinem Rechner, dann... Und er es für sich nochmal installiert hat, ging das bei mir auf einmal auch. Also halt automatisch. Okay, das ist Unsinn, aber das weißt du. Ah, verstehe doch. Hier ist ein Bunker. Hier funktioniert es ja nicht. Im Schnee? Hier ist ein Bunker. Hier ist ein Bunker. Ja, aber im Schnee machen wir nicht. Hier ist ein Bunker. Ja, aber Schnee ist scheiße. Schnee ist scheiße, nein. Also, ich habe hier ein Dings aufgeschlagen, ein Tresor. In einem anderen Arigatzustand. In 600... Scheiße, meine... Habt ihr gehört? Ich habe ein Tresor aufgeschlagen. Wahnsinn. Aber ich kann ihn nicht looten, weil mein Tesch voll ist. Der Tesch. Mein Tesch ist voll. Oh, okay. Ich komme wieder hoch. Sollte nicht so viel schießen. Ich habe ein Moped. Das ist mein. Nee, nee, nee. So. Alles gut. Scheiße, was war das? Oh, fuck. Hinter mir. Ich blute. Okay. Ist er tot jetzt? Gott, verdammt mich. Das war ein Kampf im Keller, ey. Scheiße, hier war so ein Dicker. Hier ist so ein Dicker. Habt ihr klar? Rote Spuren im Schnee. Los mit euch. Los mit euch. Was stimmt denn mit euch nicht? So. Wo hättest du denn ne... Okay. Alles ist los. Nee, nee. Wo ist deine Frau? Hier ist ein Bunker. Wollen wir nicht in den Bunker gehen? Das ist bestimmt wärmer als hier oben. Der lebt ja immer nach der Typ. Also nicht du, sondern... You are freezing. Ja, komm, wir gehen in den Bunker. Sicherer. Wo ist denn der Bunker? Überbedingt in den Bunker, ne? Wieso gehen wir denn jetzt in den Bunker? Gehen wir jetzt, wenn der wärmer ist. Was macht ihr denn hier? Hört doch mal auf. Der arme Zombie. Oh, das ist aber, das ist echt. Oh, nein, ich bin tot. Was? Von wen? Da hielt er eben. Ist noch Zombie. Oh, Entschuldigung. Nein. Hält mir. Hält mir. Wo kommt ihr denn jetzt? Oh, sag mal, wie viel kannst du denn in die... Nee, nicht wirklich. Wie viel kannst du denn in die Dinger reinhauen, bis die sterben? Ja, natürlich. Alter. Das ist eine Falle hier. Da war ich unten in Kampen. Jetzt ist er tot. Ich bin im Bunker, also im Falschen, aber ist egal. Ich geh baden. Es ist warm. Ich schwere mich mal auf. Ja, Frau, wir sind noch am Ende einer Folge, einer sehr traurigen Folge. Ach, sind wir schon? Ja, tut mir leid, ihr Lieber. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Daumen nach oben da. Entschuldigung, ich muss gerade Jack retten. Quatsch, alles gut. Mit meinen drei Patronen, die ich noch habe. Lass das mal. Dich auf die Entfernung. Ja, okay. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.